jetzt schon das schon wieder nur scheiße rauskommt bei dir ist das so standard ja leider keine sticks mehr für holz ich muss holzfarmen gehen ja mach mal viel spaß ich hau auch kein holz mehr sag ich für dich mitfarmen oder was ich hab nie wirklich holz ja ich hab jetzt nur noch irgendwie habe ich ja noch diesen 36 habe ich schon ganz zeit über das problem als namen das ist das größte problem so viele bäume eigentlich sind aber naja alter schwede ohne witz nemesis des geflüsters 4 ist das ja hat der gliederfüßler ohne witz ja du kannst damit endermann flüstern ich flüste dir jetzt einen klatschtot klatscht gleich wirklich tot hier scheiß ist das doch das kommt ja auch noch mal mit menschen das ist das schlimmste eigentlich ja so die wandere ich auch um die kürze ich aber hier war es wieder klar dass du so eine scheiße ich hab durchgehend nur scheiß auf schwertern man hat ein schwert gemacht hat ja nur schwer da mache ich momentan also brauche ich nicht einen bogen habe ich nun endlichkeitsbogen reicht mir ganz ernst auf der reihe ich habe ein gutes schwert schon so ist das ja nicht ich habe nur kein gutes schwert das springt auf jemanden namen aus dem channel ja habe ich gerade gesehen vor allem war dass der sprain coffee ist mit es muss das sein und jetzt sprain coffee mao kitties ne ja ist wirklich so fühlen sich sind erwachsen aber sind kitties ich bin nicht älter ich bin nicht älter ich bin nicht älter auch so lucky der ist 19 aber trotzdem ja der ist das größte kind hey du wie du machst du mal gut wo bin ich denn hier auch so irgendwo kenn ich ja denke ich mir gerade auch warum ist hier ne höhle ach hier ist dieser scheiß gang ich mal gewollt habe ich glaube dann eine spitzer kommen soll warum die musik ganz gut ganz zeit alles in luft das ist geil wie lange das aber dauert auf der karte bis das viel weg ist ne naja dauert drei vier sekunden aber egal und Diamanten wieder du bist ein scheiß cheater ich habe gerade erst welche gefunden naja cheater ist die doch ich habe gerade nur neingerufen und wenn die geklappt hat ja und ja naja lass doch einfach rein meine güte naja kann doch eh nix falsch machen außer dass er dumm ist aber das ist er hat nur durch die tügel ruft einen vogel Hätt ich auch gemacht Fick dich Dann sagt er gleich wieder Fick dich Fick dir Siehst du gar, dass die Das Monster Kronoff haben oder sowas Ja Das ist so schön, dass man Nächstes die Monster jetzt sehen kann Wenn du in die Hülle zugange bist Ja, wir müssen ein bisschen Bisschen uns selber anpassen Ja Und kannst halt ohne den Dingern So langsam scheiße Also langsam machen wir halt was Irgendwas müssen wir auch hinzufügen Muss sein No, it's so direkt Vor allem wenn wir nicht auf die Karte achten Und die Zuschauer dann gucken Oh scheiße, guck mal, pass auf, pass auf Ja Da ist man viel entspannter bei dem Spielen Ach ja, da kann man sich so hinlegen Hier entspannen, buddeln Ja Und strip meinen Du nimmst doch gar nicht erst Nö, nimm ich auch nicht Warum sollte ich das? Weil ernst und so Ernst und so? Okay Ja, ernst und so Nö Nö Zeh ich nicht ein Einfach nö Nö Nö, nö Zeh ich nicht ein Nein Okay Ah Hahaha Hat er wieder klar Was wieder kommt Auf jeden Fall werde ich nochmal um meine Spitzhacke verzaubern Und wenn ich dann da wieder reißig bin Ja Hätte ich mal lieber gemacht Ich glaube, da hätte ich was Besseres bekommen Als das scheiß Schwert Wenn ich dann noch Glück habe Und dann mal ein Glück drauf kriege Oh, und dann Diamanten findest Ja Aber auch nur wenn Weil ich glaube, so ein großes Glück habe ich nicht Doch, pass mal auf, klatsch Ah Direkt Dö, 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 dö Ich mach einfach mal so fertig hier Oh, schon wieder Ratsdorn Ja, mit einsammeln Scheiß soll ich Glaub ich schon mal irgendwas damit anfangen Hm Kohle Was hat denn Kohle hier wohl Hübschen EP Oh, das ist hier schon wieder Bringt nicht viel, aber immerhin Was Ja, im Kohle Wetzt dann und sowas Wüsste Kohle Ich hab hier eben eine große Kohle da gehabt Na, die ist gut Große sind immer gut Ja Ja Hier ist ein Lavasee Ist hier ein Diamanten Ne, da oben ist aber wieder eine Höhle Ich sehe Und da gehst du auch noch hoch Wow Ich beller grad hier wohl hoch Und leuchte alles aus Wo ich auch bin Ich hör schon wieder ein Baby zu mir oder sowas Ja Den herfigen Dinger Und unter mir ist ein Lavasee Yeah Schön Super Klatsch mich bestimmt da gleich rein Kannst du rein? Autsch Achja, hier ist ja noch alles verheizt Und da ist ja noch Lava Komm her, Sklid Ähm Boah Mit der Lava hier manchmal, ne? Wie die überall rum steht Oder manchmal, wenn du die damit einmal nicht sehen kannst Hallo Kripa Ja Nein, wir müssen ja Oha Was ist jetzt hier los? Hallo Kripa 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 Weit nicht Auf jeden Fall Oha Kripa 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 Vorher haben wir große Töne gespuckt, das haben wir schnell fertig, ne? Ja, haben wir nicht wirklich gesagt Ja, wir haben es aber schon gesagt Unter 100 kommen wir Sind wir damit fertig, wo sind wir jetzt? Ja, wir haben schon gleich gesagt, dass wir ihnen mindestens 200 folgen Ja, im Nachhinein, wo wir dann gesehen haben, oh, schaffen wir doch nix Naja Tööööööö tutööö ja zu hause habe ich noch ein oder zwei mehr nicht siehst du kann man sich ich habe keine facke dabei aber ich weiß dass es schlimm ist ich muss ja das ziel auch haben ist alles werkzeuge muss den wieser machen mit dem wieser muss ich noch mal einen test machen ob die möglichkeit besteht was ich da vorhabe wird sind auch noch mal besiegen ja weiß nicht wenn ich vielleicht wir kriegen dann ja wird schwert also du denk ja dann lohnt sich das vielleicht auch ich muss ja nur zurück ne fackeln und hab keine mehr naja nimm doch ein bisschen holz mit und warum machst du das nicht weil ich überall nur irgendwo aufs fackeln rumliegen hab achso ok verstehe sich das oh fuck 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 ich brenne weil ich nämlich platz brauchte varegg varegg du hast schwarz ich hab man hat schwarze fackeln wenn man den shader hat grad was jetzt gerade fast gezischt es war auch nicht lustig ja na hause wir hören es lustig nein ich aber nicht ich aber so kann ich jetzt im schnitz lang ich glaube jetzt durch dann komme ich nach oben und das ist gerade tag ja bei mir wird es jetzt auch tag aber bis ich wieder nach oben gedauert das wieder ewigkeiten ähm ja apropos fleisch hast recht fleisch ich könnte mal ein paar tiere boxen oder habe ich doch keine fuck hin kann aus 5 dia soll ich dann 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 herr 5 dia ist ein schwert und eine spitzhacke ja auch schon wieder alles weg hm das ist wahr achso ich wollte oh warum eierchen warum geht ihr denn immer daneben alle dokes darum gehen wir daneben achso ok das ist gut so letzte mal kohle teilen wir gleich hier auf so zack zack nein kein block kein block sitzt mein freund der nacht habe ich noch holzdom zack habe ich noch slaps ich denke zack 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 so halb verbraucht schwert so ach die sonne geht auch schon wieder runter zwei vier sechs ich glaube acht stacks fucking werden reichen ne locker so was machen jetzt meine zombies sie kommen so leicht runter ist aber nerv ja wie wir aktualisiert achso ich dachte du bist im spielmodus ne nicht wirklich das ist natürlich käse jetzt aber ja das ist ja nicht vorher ja ja ich denke dann dauernd dran das ist das aber seine schnauze nicht halten kann ja ja natürlich auch ja alles gut leid so ein paar monster kommen da runter ich glaube ich da paar mehr dinger von dann geht es richtig ab ja ja her damit er kommt her zu es ist cool was soll denn nicht mit mir erschwert so kommt jetzt ich bin auch noch runter stimmt da ist er wir sehen wir nur im augenwinkel dieses ganze gezwitsche was denn ja ich sehe mal dieses ganze gezwitsche was sind gezwitsche wir haben test achso ja ja das sehe ich aber auch da acht jahr bald nicht mehr drauf so alle monster wieder aus dem ding raus ja sind sie zack entlernen zumachen top tippitoppi würde ich sagen tippitoppi so einmal einsammeln hier hier auch nochmal eine runde einsammeln und ich was was hier was böses gesagt das kann man auch noch hier gestalten das gefällt mir auf jeden fall super so erstmal ach ne ich nehme mir den holsch wird kommen die kür müssen jetzt sterben paar ja misstviecher ja da sind noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr die Pappenwein ja komm hier Boilerei auf der Stelle Boilerei yeah Boilerei yeah hat ja viel level geworfen wow schlägerei mit kühen hier schlachter zu vieles geht äh 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 ist auf jeden Fall um die Plattform in ein Schrank und ringsrum dann noch ein bisschen in ein anderes Schrank sollte aber reichen eigentlich ja aber irgendwie weiß nicht komisch 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 bei dir da sie kommen ich muss sie es jagen bim 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 pissfull? warum das denn? und der ist einfach nochmal auf eine Malung gestellt ach so hast du wieder gecheatet ne 6 7 zack 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 das ist schon so ein bisschen merkwürdig ah guck mal da kam ein Skelett runtergefallen bam nein so tieren fertig das ist schon tot das Skelett Fleisch gleich direkt durch bin obwohl wir haben ja eigentlich ja kann man hier reinschmeißen macht den kohl auch nicht fett nö